Schießlasswoche Hier spricht der Pfarrer Hätten Sie es gewusst, der 1. September ist weltweit offizieller Antikriegstag. Mehr wie notwendig, mein erster Gedanke. Gefühlt an jeder Ecke dieser Welt gibt es eine kriegerische Auseinandersetzung. Afghanistan zeigt gerade, mit den besten und modernsten Waffen kriegst du keinen Frieden hin. Kannst du dir nicht einfach eine neue Gesellschaft basteln? Krieg ist immer ein Nullsummenspiel. Zu Null ergibt immer Null. Und wenn der andere hoch 10 ist. Von der unerträglichen Gewalt, dem unsäglichen Leid an den unbeteiligten Menschen jetzt mal gar nicht zu reden. Wir gewöhnen uns dermaßen rasch an solche Bilder, als dass sie uns abschrecken vor jeglicher Gewalt. Auch die Rüstungsausgaben steigen weltweit munter an. Ebenso die Geschäfte damit. Auch unser Land ist da sehr gut mit mehreren Milliarden in der Gewinnzone pro Jahr dabei. Nur, wer soll das endlich abstellen? Wer macht den Schluss damit? Wer hat Lösungen, bei denen auch wirklich alle Menschen mitgehen würden? Als Christ möchte ich nie vergessen, die Inspiration, die aus dem Evangelium kommt, ist überall unübersehbar. Ob Menschenrechtskarte, ob der Freiheitsruf der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das alles gibt es doch wirklich nur, weil der Geist der christlichen Frohbotschaft hier dahinter steckt. Und unzählige Zeugen haben diesen Geist unbeirrbar vorgelebt und wenn nötig bis zu ihrem Tod konsequent durchgestanden. Schon deswegen bin ich so ungeheuer stolz, selbst ein Christ sein zu dürfen. Trotzdem kriegen wir es scheinbar nicht durchgesetzt. Auch wenn wir in Europa mittlerweile auf bald 80 Jahre Frieden zurückblicken dürfen. Europa überhaupt ist das Friedensprojekt schlechthin. Schon deswegen wiegt der jüngste Brexit so schwer. War doch Großbritannien das Gründungsmitglied der Europäischen Union nach dem Krieg? Vielleicht liegt die Lösung wirklich ganz direkt bei jedem von uns selbst, sozusagen direkt vor unserer Haustür. Diesen Frieden, den wir heute erträumen, den kann es nur geben, wenn er von jedem von uns ausgehen kann. Schauen wir mal genau hin. Es gibt da nämlich sehr gefährliche Todesworte im täglichen Umgang mit Menschen. Das reicht von der Partnerschaft über den Arbeitsplatz bis hin zur Völkerverständigung. Solche Worte ersticken ganz rasch gute Pläne im Keim, stutzen jedem Elan die Flügel und zerstören die besten Absichten. Wer zum Beispiel immer wieder etwas versuchen soll, wird irgendwann überhaupt nicht mehr damit anfangen wollen. Im Wortgefecht, im Annen vorzuhalten, man habe ihn eh nie geliebt, raubt einem Neuanfang jede Chance. Und wenn die Suppe immer versalzen ist, wird es einem versehen bald ein nicht endendes, andauerndes Unglück. Solche unbedachten Worte töten einfach das Zusammenleben und reißen Tiefe, manchmal unheilbare Wunden. Auch der beliebte Wahlslogan wird uns vielleicht in diesen Tagen wieder mal begegnet. Keine Experimente, auch er gehört dazu. Natürlich ist es bequemer, nicht nachzudenken, sich auf nichts Neues einzulassen und eine Idee, noch ehe sie geboren ist, zu den Akten zu legen. Gegen Fantasie und Risiko stehen dann aber Enttäuschung und Scheitern, gegen neue Gedanken, die immer ewig alte Erfahrung, gegen ein Experiment, die unwiderlegbare Klugheit und gegen ein spontanes Handeln, ein überzeugtes, das war doch immer schon so. Konflikt und Tod sind so aber vorprogrammiert. Dabei braucht doch jede Zeit, auch die unsere, nicht so sehr als die Beweglichkeit und ihrem fröhlichen Leichtsinn. Und mit Leichtsinn ist keine Oberflächlichkeit gemeint, die nichts ernst nehmen würde, sondern gerade jener leichte Sinn, der nicht zulässt, dass alles und jedes sofort in bedrohliche Schwere erstickt wird. Nur eine solche Unverschämtheit, unkonventionell zu denken, nur sie verhindert doch letztlich, dass unser Verhalten ständig am Üblichen gemessen wird, vor allem wenn am Ende dann eh nichts anderes mehr übrig bleibt als ein, naja, es war ja immer schon so. Unkonventionell, ich denke, das ist das Zauberwort. Nicht einfach alles zusammenwerfen, sondern die Dinge differenzierter betrachten, das Fremde achten und nicht pauschalisierend verurteilen. Das gibt dem friedlichen Zusammenleben auf der ganzen Welt eine echte Chance und raubt unseren kriegerischen Konflikten einmal den Boden. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und besinnen wir uns in diesen Tagen ganz besonders auf dem Frieden. Euer Pfarrer Schießler Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.